moin leute herzlichen willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und im gestrigen stream haben wir den one shot modus in einen schuss modus gespielt und dabei kam diese runde bei raus doch aber was passiert dir dann seid auf jeden fall heute wieder beim stream dabei wir starten so um 22 uhr lasst auf jeden fall mal ein abo da um nichts mehr zu verpassen also drückt drauf ist nur ein einziger klick es ist kostenlos das wird mich echt freuen wo wollen wir hin für nach der rolle bin ich auch raus warum ich werde zu sehr beleidigt von dir habe ich dich beleidigt ja wann ich werde eher von dir beleidigt ich höre nicht ich höre nicht so gut nun bei mir immer so gut bist weil du sowieso immer und ob man schloss wahrscheinlich deswegen fliegst du auch noch die überrasse was gesagt ich soll verlassen mach alles einfach los ich lass mich hier nicht runter machen ich lass mich hier nicht runter machen was ist hier dann zeig doch zu den Leuten das neue Update Finn, hallo okay Fortnite Update mit LeiserTV German-Deutsch krach das Stream hat 2 Likes und 1 Dislikes das Stream hat schon 2 Dislikes das Stream hat schon 2 Dislikes ne das Stream hat schon 2 Dislikes doch doch das Stream ne doch weil ich mit mir zu doch das Stream ja das Stream das Stream ja Ich bin schon noch ein Spiel oder so als... Nee... Leifisch! Ha ha! Ihr schreit Leifisch! Komm, der Slot zur Folie! Der zur Folie! Kling doch! Er ist da an der Unterhaltung, glaube ich, zwei Kürzkeitsralldruck. Aber, oh Gott! Der ist zur Folie! Also da an der Unterhaltung, ich glaube, zwei Kürzkeitsralldruck. Leifisch! Scheiße! Was ist das denn? Hat er überhaupt einmal geschossen bis jetzt? Kieße! Ich glaube schon... Ach nee... Das ist doch ein Gegner! Alter... Ist oben! Hm... Oh, ne ist das okay? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist man die Zone 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 Hier ist man die Zone